In den letzten beiden Videos habe ich euch gezeigt, was ein Murautomat ist. Und in diesem Video möchte ich den Getränkeflaschenautomaten, für den wir schon den Meleautomaten entwickelt haben und den wir auch schon im ersten Video dieses Tutorials über Finite State Machines kennengelernt haben, wie der als Murautomat gesteuert werden kann oder mit einem Murautomaten. Ganz kurz die Angabe, die haben wir jetzt schon öfters gehabt. Ich habe einen Getränkeautomaten mit Display und einem Flaschenauswurfsknopf. Ich kann ein und zwei Euro Stücke einwerfen. Für drei Euro kriege ich eine Mineralwasserflasche. Wenn man zu viel einwirft, kriegt man beim Flaschenkauf das Retourgeld zurück. Und ich habe ein Display, das mir entweder die Geldsumme anzeigt, die schon eingeworfen worden ist, oder wenn der Flaschenauswurfsknopf zu früh gedrückt worden ist, also das Geld noch gar nicht drinnen war, dann soll ein E erscheinen. Außerdem soll auch ein E erscheinen, wenn ich zu viel Geld eingeworfen habe. Wie entwickle ich einen Murautomaten? Komplett gleich wie jede Finite State Maschine. Ich überlege mit Eingaben. Ich kann ein und zwei Euro Münzen einwerfen, habe einen Flaschenauswurfsknopf und als Ausgabe im Display sehe ich entweder 0, 1, 2 oder 3 oder E. Und außerdem habe ich eine Mineralwasserflasche, was rauskommen kann, die rauskommen kann und Retourgeld. Welche Zustände habe ich? Und das ist beim Murautomaten wesentlich anders als beim Melee-Automaten. Ich habe einmal vier, ich sage einmal triviale, einfache Zustände. Beim Startzustand habe ich ja 0 Euro im Automaten drinnen und das sehe ich einfach im Display. Bei Z1 habe ich 1 Euro drinnen, Z2, 2, bei Z3, 3. So weit, so gut. Wenn ich zu viel drinnen habe, möchte ich auch ein E angezeigt werden. Das ist so ein Oberflurzustand, dieses Z-Dach. Und das, was jetzt neu ist, ist, dass wenn ich den Flaschenauswurfknopf zu früh drücke, dann möchte ich, dass in der Anzeige ein E erscheint. Und das ist besonders, weil beim Murautomaten heißt das, dass obwohl ich 0 Euro beim S im Automaten drinnen habe, bekomme ich dann einen Zustand Z4, bei dem auch 0 Euro im Automaten sind, aber in der Anzeige ist ein E. Ebenso, wenn ich 1 Euro drinnen habe und ich drücke den Flaschenauswurfknopf, kriege ich einen Zustand Z5 mit E im Display. Z2, ebenso, komplett das Gleiche. Ebenso ist es, wenn ich Z3 und Z-Dach habe und ich drücke den Flaschenauswurfknopf, dann werden auch hier zusätzliche Zustände erzeugt, nämlich, wenn ich bei Z3 drauf drücke, bin ich eigentlich am Ziel meiner Träume, es kommt eine Flasche raus und das Display wird auf 0 gesetzt. Man könnte auch argumentieren, dass der Zustand ZF ist schon sehr ähnlich zu dem S-Zustand, aber streng genommen ist es so, dass da eine Flasche zusätzlich rauskommt. Und beim Overflow ist es ebenso so, da kommt das Display auf 0, eine Flasche kommt raus und das Retourgeld ist streng genommen auch ein anderer Zustand, als ich beim Startzustand habe. Das heißt, ich habe 10 Zustände bei einem Murautomaten, beim Mele habe ich nur 5. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an. Wie schaut das im Zustandsübergangsdiagramm aus? Ich habe hier mehr oder weniger die trivialen Zustände und ihre Übergänge. Die sind, sehe ich, da ist ein Geld eingeworfen, hier habe ich zu viel schon eingeworfen und ich habe nur die Eingaben 1 und 2 berücksichtigt. Und jetzt komme ich zum Flaschen-Auswürfsknopf. Wenn ich im Zustand 0 bin und auf dem Flaschen-Auswürfsknopf drücke, möchte ich ein I in der Anzeige haben. 0 Euro habe ich drinnen, ebenso bei Z1 ergibt sich praktisch dieser zweite Zustand, Z5 mit Error, bei Z2 ebenfalls. Was ich jetzt aber tun muss, ist, dass diese Zustände, wenn ich hier einen 1 Euro Knopf, 1 Euro Stück einwerfe, muss ich klarerweise hier hinüber wechseln, zu Z1, weil ich ja dann wieder 1 Euro drinnen habe und ich habe brav 1 Euro eingeworfen, den will ich auch im Display sehen. Ich muss für diese ganzen Zustände, wenn ich 2 Euro einwerfe, komme ich hierher, ich muss für diese ganzen Zustände auch wieder alle Verbindungen einzeichnen, die ich vom ursprünglichen Zustand mit einer geordneten Geldanzeige habe. Bei Z5, na, falsch, da ist natürlich auch noch der Punkt, wenn ich bei Z4, wenn ich einmal den Flaschen-Auswürfsknopf drücke, komme ich auf Error und wenn ich ihn noch einmal drücke, möchte ich ihn noch einmal sehen. Bei Z5 komme ich auf Z2, weil da habe ich 2 Euro drinnen, bei Z5 mit 2 Euro komme ich, habe ich dann 3 drinnen und der Flaschen-Auswürfsknopf wird auch dazu führen, dass ich, wenn ich ihn noch einmal drücke, dass wieder ein Error kommt. Bei Z6 ist das sehr ähnlich, mit 1 Euro komme ich zu Z3, mit 2 Euro komme ich schon zu Z-Dach, weil da habe ich 4 Euro dann drinnen und der Flaschen-Auswürfsknopf wird hier auch noch nicht richtig funktionieren und noch keine Flasche rausrücken. Nächster Schritt, Z3 mit Flaschen-Auswürfsknopf, naja, da bin ich am, dort wo ich eigentlich hin möchte, ich kriege eine Flasche raus, die kostet 3 Euro, das Display geht auf 0 zurück und es erscheint eine Flasche. Ich habe schon vorhin gesagt, man könnte argumentieren, dass das hier sehr ähnlich zum Startzustand ist, aber ich möchte es trotzdem hier zum Ausdruck bringen und die Flasche einzeichnen, deswegen muss ich aber hier jetzt auch rein ordnungsmäßig diese 3 Verbindungen, die ich von S weg habe, eigentlich auch hier oben einzeichnen. Mache ich jetzt aber nicht, weil sonst wird es noch zu unübersichtlich und jetzt fehlt uns nur noch eine Sache, nämlich hier, wenn ich zu viel Geld eingeworfen habe, kriege ich, wenn ich auf den Flaschen-Auswürfsknopf drücke, 0 Euro im Gerät, weil ich ein Retourgeld zurückgebe und die Flasche kommt raus und auch hier müsste ich jetzt eigentlich alle Pfeile frisch einzeichnen. Ihr seht, dass der Murautomat hier wesentlich aufwendiger ist als der Melee-Automat, wenn Sie in das Video vom Melee-Automaten zurück sitzen, sind dort viel, viel weniger Übergänge.